was geht meine freundin herzlich willkommen auf meinem kanal der jogi ist mal wieder pack am stessel für euch und heute endlich wieder von unserem freien abend ein projekt hier auf der bergmann ja es hat eine kleine auszeit gegeben an der stelle entschuldigen möchte ich mich nicht denn meine tochter war krank und ich bin einfach nicht zum aufnehmen gekommen deswegen ist glaube ich eine entschuldigung auf jeden fall hinfällig dafür starten wir jetzt wieder rein in das ganze der ein oder andere hat bestimmt schon wieder dachte er hat schon wieder er hat es doch bestimmt schon wieder aufgeben aber nein wir kämpfen uns wieder rein es ist nun so wir sind nun im dezember angekommen und was soll ich sagen die die ja ich weiß nicht was da wieder schief gelaufen ist ich keine ahnung vielleicht habe ich da wieder ein problem gehabt mit dem vorspulen wir haben ja auf der 6 raps angesät mit fahrgassen und so weiter jedoch ist es halt so dass wir nun in den dezember reingehen zwangsläufig wird der raps wahrscheinlich absterben denn sowohl die aussaat und andere zeit ist einfach hinüber aus dem aspekt her dachte ich mir so war es ist schon wieder es ist schon wieder am gange und eigentlich ja da war ich schon kurz drauf und dran zum sagen weiß ich was starten wir noch mal neu ohne zu spulen aber dann dachte ich nö nö wir fangen nicht schon wieder an mit diesen themen sondern wir grubbern das ganze unter und zwar mit uns im arion dann nehmen wir mal platz an dem stück handbremse lösen machen wir mal ein licht an wir sind jetzt langsam im dunkleren bei uns wird es jetzt langsam wieder hell das ist schön die winterzeit ist sozusagen durch du magst jetzt wieder markt licht dass morgens es heller ist hier wird es morglig dunkler so das heißt auch hier werden wir nun mit der horch drüber gehen an der stelle seit ihr mal wieder gefragt ich bin mir nicht sicher wurde man das jetzt einfach um pflügen oder ist es so in ordnung dass ich jetzt das ganze hier mit dem mit der horch machen mit dem grubber wie immer gilt ich kann mir aktuell nicht selber helfen das heißt ich muss halt einfach das machen was ich gerade so denkt was richtig sein könnte jetzt muss ich gerade schauen ich habe gar kein gewicht dran wo habe ich denn die gewichte dann kümmer von mir das gehe ich gleich hoch lassen ja wir werden halt jetzt rein starten an der stelle vermutlich wenn ihr das video hier seht müsste glaube ich donnerstag sein und dann kommt der freitag und dann würde ich halt wieder in den kompletten normalen rhythmus reingehen heißt ab ins wochenende und ab montag dann wieder toll 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 normales programm ja es geht halt nicht alles familie geht vor wer das nicht versteht ist absolut fehl am platz hier und er kann sich auch direkt wieder verpissen muss ich einfach direkt so sagen so also türe zu einmal hinten hoch und dann können wir auch hinten zusammen klappen und dann fahren wir auf unser welt ich denke das ist am sinnigsten anstatt einfach einen neuen spielstand anzufangen einfach zu sagen pass auf das ding hier ist einfach direkt mal hops gegangen weil ich gehe mal schwer davon aus selbst wenn ich jetzt einen monat noch mal vorspul irgendwann wird es wahrscheinlich als verdorrt da stehen zumindest händel wir das ganze nun so so dann können wir hinten ausklappen und dann versuchen wir das einfach beim nächsten mal besser zu machen ähm so und los geht's mal gucken was passiert ok er macht es auf jeden fall nieder das ist schon mal ok glaube ich an der stelle ich arbeite hier jetzt mal ohne gps und dann versuchen wir es beim nächsten mal neu zu machen wir müssen uns also für die neue saison und da habt ihr mir ja reingeschrieben du hast vor gehabt eigentlich die horch zu holen auch die pronto die glaub drei meter drille oder sechs meter drille ich bin mir gar nicht sicher ähm wir werden hier vermutlich die drei meter holen entweder machen wir hier nochmal einen kompletten aufbau was unsere arbeitsfolge angeht denn aktuell gehen wir ja auf drei meter drillen und dann 15 meter nachbearbeitung ich bin mir jetzt aber gerade nämlich nicht sicher wie die drei meter horch aussieht ich bin einfach favorit ich bin nicht favorit ich bin fan das ist das richtige wort von der mit dem aufbau die gezogene die mag ich einfach ungemein und deswegen gehe ich mal schwer davon aus dass wir auch die wiederholen wenn es eine sechs meter ist dann werden wir uns im vr park einfach nochmal ein bisschen nachjustieren und anpassen auch hier müssen wir uns ein bisschen reinkämpfen genauso wie auf dem ellerbach projekt aber ich würde einfach sagen das ist sozusagen unsere vorbereitung unsere höchstpersönliche vorbereitungszeit auf den neuen ls wo wir das ganze toi 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 ein bisschen fokussiert angehen jetzt können wir noch so ein bisschen fehler machen und dann im neuen ls versuchen wir das ganze ein bisschen ja noch schöner zu machen ich weiß jetzt nicht macht man da erst vorgewinne das ist auch immer so geschichten ich glaube da gibt es auch kein richtig und kein falsch ich meine wir können ja mal ganz kurz uns abholen wenn wir aufs wetter schauen ja guck mal wir haben heute nachmittag haben wir schon ein bisschen schnee und dann frost und dann würde ich sagen ist spätestens der raps doch eh tot oder also da seid ihr wie immer gerne gerne angehalten kommentare reinzuschreiben ich saug die ja so gut es geht auf ich kann es nicht immer sofort umsetzen weil ich ja immer am stück aufnehme und das ist ein vorteil einerseits zum beispiel jetzt wo meine tochter krank ist da kommen dann trotzdem videos kann so den einen oder anderen tag auch bisschen überbrücken nachteil ist na klar vollkommen klar ich kann nicht auf jeden kommentar direkt eingehen aber ich glaube die meisten marken wenn irgendwas reingeschrieben wird hat auch zum beispiel ellerbach projekt dass ich auf jeden fall versucht das ganze umzusetzen die anregung mitzunehmen und mich da selber so wissen ja besser aufzustellen es steht ja eine neue version von der hof borgmann in den startlöchern ich glaube frühjahrs update oder so nennt sie das ist noch klar ein bisschen ärgerlich ich hatte ja mehrmals gefragt so wisst ihr schon irgendwas könnte es sein dass da was kommt aber leider hatte noch keine informationen und jetzt haben wir angefangen und jetzt kommt eine neue version ich bin mir aber nicht sicher ob ich umsteigen werde muss ich an der stelle sagen denn ja ob ich jetzt hier zwangsläufig harter brauche und so weiter bis dato ist es so dass ich eh erstmal überfordert bin mit dem was ich hier alles zu tun habe aber ja schon mal angesprochen gehabt ausschließen möchte ich es nicht aber wollen wir dann einfach sehen es soll euch aus dem feierabend rausholen das ganze soll mich ein bisschen aus dem alltag rausholen und dann in aller ruhe hier so ein bisschen die zeit miteinander verbringen so wenn wir das nämlich soweit durch haben hätte ich nämlich jetzt fast schon gesagt dass wir einfach den winter durchspulen im großen und ganzen wüsste jetzt nicht was ich im winter hier großartig tun könnte mein gemüse und so weiter das werden wir dann wahrscheinlich im frühjahr dann ernten können das ist ja klar jetzt auch nicht ganz so realistisch dass über den winter zum beispiel äpfel wachsen und so weiter aber ich musste aktuell noch so nichts finden für mich ihr habt mir auch gesagt ich soll mal seasons anschalten ich weiß nicht ob das einfluss drauf nimmt das zum beispiel keine äpfel über den winter wachsen und so weiter das muss ich mich auch mal noch so ein bisschen reinarbeiten in das ganze ich glaube wir machen jetzt immer so zwei schritten dann wollen wir nicht so lange hin und her drehen auch hier mit den fahrgassen möchte ich dann beim nächsten mal ein bisschen besser machen versuchen da hat er die mir ja gesagt eigentlich hast du das problem nur mit der drei meter drille ich glaube mit sechs meter soll das wohl funktionieren das wäre einerseits die lösung die andere lösung wäre natürlich das war zumindest ein kommentar von euch dass ich die fahrgassen wohl nochmal danach ziehen soll auch hier werden wir sehen da gehen wir einfach rein und gucken wie das ganze zustande kommt das unkraut das ist soweit verdauert was mich halt echt wundert warum das nicht funktioniert mit dem mit dem raps dass er jetzt nicht noch gewachsen ist ich meine wir hatten den zum richtigen zeitpunkt angesäht das müssen wir noch mal ein bisschen aufarbeiten das ganze ich meine das habe ich nämlich alles kontrolliert gehabt aber dass er jetzt überhaupt nicht wirklich vorangewachsen ist ich weiß es nicht ich bin mir aber auch wirklich nicht sicher ob ich hier mit easy def vielleicht mit 500 geschwindigkeit vorgespült habe ich weiß es nicht deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt was mir da klar meistens ja stutzig macht oder oder mich auffällt so ein bisschen es kann da klar sein dass ich mir jetzt hier durch die spulen irgendein problem reingeholt habe ich aber nicht weiß kriege ich das wieder raus wenn ich einfach weiter spiel oder müsste ich wirklich einen neuen spielstand anfangen so dann können wir nämlich alles winterfest machen und dann gehen wir sozusagen ins frühjahr rein und werden dann das ganze hier mal aufarbeiten was wir hier so tun dann können wir nämlich glaube ich auch kartoffeln anpflanzen hätte ich jetzt zumindest mal gesagt muss ich na klar beziehungsweise können wir eigentlich auch gleich mal schauen mit dem kalender zack und kartoffeln weil ich bräuchte die ja für die schweinchen kartoffeln saatzeitpunkt das wäre also auf jeden fall schon mal gut das problem ist halt wir haben dann das halbe jahr einfach nicht nichts nichts zu tun sozusagen klar ich brauche noch mal ein paar felder ganz klar aber ich würde sagen ich konzentriere mich da ein bisschen auf das kraftfutter weil für die kühe haben wir ja sozusagen unsere mischration wo wir erstmal zurande kommen ich glaube das zumindest aus dem ersten bauchgefühl raus könnte das soweit funktionieren das ist auch immer wieder so ein punkt wo ich mir denke schreib dir mal so einen kleinen fahrplan auf zum beispiel ganz primitiv gesagt wir haben den märz du machst deinen ersten schnitt daraus machst du das 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 und das dann hast du den zweiten tag im märz da kannst du schon mal das am drillen dann hast du april dann machst du das 5 april das bist du also mit so einem roten faden wo du sagst okay ich plane mir das ganze mal so ein bisschen ordentlich durch und arbeite diesen plan stu ab damit ich da nicht irgendwie vom weg abkommen weil so wie jetzt hier ich habe im endeffekt was getan und es wird halt nicht von erfolg sein durch gründen auch immer das ist immer noch die schönste zeit mit dem nebel da kannst du irgendwie jede karte haben ja das war halt das war irgendwie schlecht gewirtschaftet jetzt das war nicht schön so hier müssen wir auf jeden fall wahrscheinlich nochmal rauf oder reicht es von arbeitsbreite her machen wir mal doch ein ganz kurzes bild wenn wir eh schon gerade hier sind wir wollen ja für instagram hier auch unseren hof beworben das ist eigentlich schon schon schön irgendwie ne ich weiß nicht so immer mit so ohne so ist es doch gut so ist ein schönes bild übrigens mit player action camera ich glaube so nennt sich die mod da mache ich merken die bilder immer so lassen wir sehen ob die arbeitsbreite ausreicht könnte ein muckersäckele ein muckersäckele ist mal wie der standard bieber so dann nehmen wir das stück da oben noch mit dann sind wir hier wieder auf status quo es ist ein bisschen deprimierend die getane arbeit einfach so nieder zu machen ganz ganz schrecklich gut freunde aber es geht wieder weiter ich bin gespannt auf eure kommentare werde ich über das wochenende aufarbeiten und hier mit einfließen lassen wenn es euch gefallen hat würde ich mich wie immer über ein like freuen auf das video Abole kostet wie immer nix und unterstützt mich und dann sehen wir uns beim nächsten Feierabendprojekt wieder hier von der Hofbautmann habt ihr schönes Wochenende lasst es euch gut gehen bis dann euer Jogi Ciao